Das Z ist einer von 26 Buchstaben im Alphabet und wird aktuell für russische Propaganda genutzt. Das Z findet sich auf Panzern, Militärfahrzeugen, aber in Russland, in Moskau auch auf Kaufhäusern und wird auch von Privatpersonen genutzt zum Zeichen Russlands und der russischen Überlegenheit. Wir schauen uns ganz genau an, was das Z zu bedeuten hat und wir haben jetzt gesehen, dass auch außerhalb Russlands die Sympathie für das Z gewachsen ist, denn auch hierzulande wird das Z genutzt, um russische Propaganda zu betreiben. Und das wollte ich doch mal genauer wissen. Ist das Z jetzt hier ein verbotenes Symbol und wofür steht es eigentlich ganz genau? Zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke und wenn ihr Bock habt, abonniert gern diesen Kanal, dann seid ihr rechtlich auf jeden Fall up to date. Und den Ukraine-Konflikt, den habe ich hier schon einige Wochen leider begleiten müssen und ja, das ist sozusagen ein feiger Angriff der russischen Truppen, die auf grausame Art und Weise wirklich große Städte in der Ukraine platt machen. Und was man dabei immer wieder sieht, ist das hier, ein Z auf russischen Panzern. Also immer wieder dieses Z. Und das ist nicht nur mittlerweile auf den Panzern und Militärfahrzeugen zu sehen. Nein, das Z ist auch in Moskau mittlerweile auf großen City Lights oder solchen Einblendungen zu sehen. Und da fragt sich vielleicht der eine oder andere, was genau heißt dieses Z hier? Wofür steht das Z? Ich habe mir das angeschaut, da stand wohl, also das ist unterschiedlich, die Diskussion. Manche sagen, das steht für Zarossia, Zarputina, für Russland, für Putin. Da haben zum Beispiel die Flashmob-Teilnehmer in St. Petersburg gerufen. Die haben dabei schwarze Pullover getragen mit einem Z drauf. Und auch bei Internetvideos sieht man eben diese Memes mit dem Z und die Militärfahrzeuge eben auch damit ausgestattet. Insgesamt soll es Sympathie für Putin darstellen. Und es gab einen Post des russischen Verteidigungsministeriums. Und danach, nach der Definition des russischen Verteidigungsministeriums, steht das Z für Zarpobedu, was übersetzt auf den Sieg heißt. Und aller spätestens seit einem Facebook-Video einer Duma-Abgeordneten, die Duma ist sowas wie unser Bundestag hier, ist klar, dass das große Z, also die Abgeordnete, die kam in einem großen Z auf ihrem Designermantel und sagte, macht weiter so, Brüder, wir sind immer mit euch. Kann man sagen, das Z steht kurz gefasst für pro Putin, pro Krieg, pro Russland. Also, das ist sicherlich das erstmal, wofür das Z hier steht. Die Frage ist natürlich, inwiefern könnte man gegen jemanden vorgehen, der das Z hier verwendet. Und zwar in einem Kontext, da komme ich gleich drauf zu, der nicht nur in der Grundschule als 26. Buchstabe unseres Alphabets verwendet das Z, sondern der tatsächlich das Z verwendet als Unterstützungsaktion für Russland und für den russischen Angriffskrieg. Also, wenn die russische Propaganda nach Deutschland jetzt überschwappt und das Z verwendet wird, Autos und Häuserwände, Post-its, in Berlin ist das passiert, mit dem Z beschmiert werden, da muss man sich natürlich die Frage stellen, inwiefern ist das hier verboten. Ihr seht also hier, wie das in Deutschland passiert ist, in Prenzelberg, hängen an vielen Häusern Ukraine-Fahnen als Zeichen der Solidarität und Bekenntnis gegen den brutalen Krieg Putins. An einige Türen der Häuser wurde ein Z geklebt. Z steht für Unterstützung der russischen Armee. Wir stehen dagegen auf und für die Demokratie ein. Und dieses Z, ja, was dann hier entsprechend verwendet worden ist, da muss man sich jetzt die Frage stellen, wenn das auf deutschem Boden stattfindet, ist natürlich was anderes, als wenn irgendwelche russischen Panzer damit rumfahren. Russische Panzer in der Ukraine kommen wir Deutschen so nicht ran, aber auf deutschem Boden könnte das strafrechtlich relevant sein. Manche ziehen parallel zum Hakenkreuz-Symbol. Das sagte zum Beispiel der ukrainische Verteidigungsminister Reznikov, der sagt, das Z sei das neue Symbol für das Hakenkreuz. Auch Vergleiche mit der Wolfsangel, dem Symbol mehrerer Wehrmachts- und SS-Einheiten im Krieg gegen die Sowjetunion wurden laut und man sagt, diese Nazi-Symbole sind als Kennzeichen, also klar, diese Wolfsangel und SS-Runen sind verfassungswidrige Kennzeichen, verfassungswidrige Organisationen und terroristische Organisationen sind deswegen verboten. Das habe ich euch mal hier herausgepickt. Das steht in dem 86-Strafgesetzbuch drin. Also hier steht drin, Verwenden und Kennzeichen verfassungswidrige terroristische Organisationen, Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und dann fragt man sich, okay, was kann noch hier? Auch das Verbreiten wird bestraft. Das eine ist das Verwenden, das Verbreiten. Wenn die entsprechend Propagandamittel verbreiten, auch die in einer EU-Verordnung zu sehen sind, dann habe ich geguckt, okay, was sind das für Propagandamittel und Personen, wo man deren Symbole nicht verbreiten darf. Und da sieht man hier erstmal ein paar Personen, von diesen zwölf Personen darf man nichts verbreiten. Viele vom Islamischen Staat, hier Al-Aqsa, e.V. Und so sieht man, also das ist Hisbollah, also Hamas. Also hier sind sozusagen nochmal Personen und Institutionen aufgeführt, wo es verboten ist, deren Symbole zu verbreiten. Und es gibt dort eben allerdings kein Z, wenn man das sich alles durchguckt. Ich sage es jetzt einfach nur, um das Ganze ein bisschen abzukürzen. Das heißt also, die Frage, kann man dann gar nichts machen in dieser Durchführungsverordnung der EU? Ist nichts drin in den einzelnen Gesetzen? Ist nichts drin, da steht in unseren deutschen Gesetzen, wenn eine Institution vom Bundesverfassungsgericht verboten worden ist, zum Beispiel die KPD ist verboten worden, aber nicht die NPD leider. Das hat ja nicht geklappt, da habe ich ja auch mal ein Video dazu gemacht. Dann kann man auch die Symbole entsprechend verbieten, aber beim Z ist das eben nicht der Fall. Aber ich habe andere Strafnormen gefunden, die es euch verbieten könnten, das Z hier in Deutschland zu verwenden. Zum Beispiel den 140 Strafgesetzbuch, da geht es um die Belohnung und Billigung von Straftaten, wäre eine Norm. Da könnte man also argumentieren, dass man hier gewisse Straftaten entsprechend gut heißt. So etwas ist verboten. Dann haben wir hier nicht anzeige geplanter Straftaten. Da haben wir den Nr. 5. Wer von dem Vorhaben oder Ausführung des Völkermordes Verbrechen gegen Menschlichkeit zu einer Zeit abgewandt, glaubhaft erklärt und erfährt, unterlässt Behörden anzuzeigen, Straftwehr, haben wir nicht den 138 da drin? Ja, komisch, weiß ich auch nicht, wieso ich mir den rausgepickt habe. Aber der 13, der war es auf jeden Fall, den ich mir rausgesucht habe. Verbrechen der Aggression, das ist noch ganz spannend. Da habe ich ja letztens ein Video dazu gemacht. Wer einen Angriffskrieg führt oder eine sonstige Angriffskandlung begeht, die in ihrer Art, ihrer Schwere, ach ja, das war es genau. Billigung von Straftaten. So, jetzt weiß ich wieder, was ich mir dabei gedacht hatte. Also hier, Belohnung, Billigung von Straftaten. Was sind das hier für Straftaten? Klar, diese Straftaten, Hochverrat und so weiter, habe ich hier aufgelistet. Und vor allen Dingen auch den Angriffskrieg. Und da habe ich ja letztens was zu gesagt, dass ich der Meinung bin, dass hier eben entsprechenden Angriffskrieg stattgefunden hat. Also mit anderen Worten, hier gibt es einige Normen, auch wenn man sagt, das ist jetzt hier keine terroristische Organisation. Russland, für die das Z letztlich steht, auch Putin ist noch nicht als terroristische Organisation eingestuft. Auch wenn ich jetzt sagen würde, das sind Terroristen. Ja, aber offiziell ist es nicht so. Kann man aber sagen, wer solche Verbrechen gut heißt und billigt mit dem Z, begeht selbst auch wieder eine Straftat. Die Frage ist natürlich, ist das ein Billigen dieser Straftaten? Kann man das wirklich so sagen, nur weil man das Z verwendet? Naja, da muss ich wohl klar dazu sagen, es kommt drauf an, in welchem Kontext man das Z verwendet. Wenn man es nur in der Grundschule verwendet, keine Sorge, liebe Kinder, ihr dürft auch weiter in das Z irgendwie. Ihr könnt in den Zoo gehen und ihr dürft auch Zoo und Zebra schreiben, das ist kein Problem. Allerdings, wenn man sich russische Klamotten anzieht, weiß, blau, rote Kleidung, beispielsweise russische Nationalstablage schwenkt und dann das Z hat, dann sehe ich das schon als Billigen von Straftaten. Da muss man noch schauen, ob das Billigen dann auch noch den öffentlichen Frieden stört, muss man auch noch gucken. Das kommt darauf an, ob das Vertrauen der Bevölkerung in den öffentlichen Staat, also in den Staat Deutschland, in unsere Rechtssicherheit erschüttert wird oder sich Aggressionen in Taten nach Aggressoren in Taten bekräftigt fühlen, beispielsweise Russland sagt, super, auch in Deutschland, überall das Z. Kann man wohl alles so argumentieren. Wenn jemand aber überhaupt nicht weiß, was das Z bedeutet, sich das auf die Klamotten kritzelt und dann damit rumläuft, ja, dann wird er wahrscheinlich auch nicht verurteilt werden können. Wer aber weiß, dass man damit einen Angriffskrieg unterstützt, der billigt diese Straftat und dann kann er auch hier verurteilt werden. Also, ganz schön tricky, das mit dem Z, wenn man hier aktuell es verwendet. Ich glaube schon, dass man das Z nicht verwenden darf in Deutschland, weil man damit einen Krieg billigt. Interessant ist, wie die ukrainischen Soldaten das Z verwenden. Sie pinseln es auf unschädlich gemachte russische Panzer. Rund um das Z schreiben sie in derber Sprache Putino Pishtesch. Und das heißt so viel wie Putin, du bist im Arsch. Ja, da gibt es nichts mehr zuzusagen, liebe Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr hier zum Abschluss noch ein Abo dalasst. Ich habe euch hoffentlich erklärt, was das Z bedeutet, ob man es in Deutschland verwenden kann. Ich hoffe für alle Ukrainer, dass dieser Krieg nicht mehr allzu lange andauert und dass man doch noch irgendeine friedliche Lösung finden darf, kann, muss. Ich habe hier noch zwei Videos für euch, die euch ebenfalls interessieren könnten. Wir sehen uns dann morgen an gleicher Stelle schon wieder. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Den Ukrainern wünsche ich so schnell wie möglich Frieden. Übrigens auch den russischen Mamas, deren Soldaten gerade im Krieg sind und die bestimmt nicht wollen, dass da ihre Kinder sterben. Krieg will eigentlich keiner und es ist völlig unsinnig. Ich spreche mich entschieden gegen diesen sinnlosen Angriffskrieg aus. Danke euch fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.